Rentenerhöhung 2024. Muss ich einen Antrag stellen oder rechnet die Rentenstelle es von alleine aus? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Worum geht es? Wieder mal um eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de. Dort schreibt uns der ein Versicherter. Sehr geehrter Herr Knöppel, ich schaue immer mit Begeisterung, wenn Sie Ihre Kenntnisse im Internet preistun. Herzlichen Dank dafür. Ihre Auskunft zu dreimal Rentenerhöhung 2024. Meine Frage, ich bin seit 2008 EM Rentner auf Lebenszeit. Das heißt also, Sie kriegen eine EM-Rente auf Dauer bis zur Regelartersgrenze gezahlt. Bin 61 Jahre alt. Muss ich die dreimal Rente beantragen oder rechnet die Rentenstelle alles von alleine aus? Ich bedanke mich im Voraus für Ihre schnelle Antwort und freue mich. Meine Damen und Herren, eine Rentenerhöhung, wie wir sie im Jahr 2024 wahrscheinlich bekommen werden, da müssen Sie überhaupt nichts machen. Das heißt also, die Rentenerhöhung für die Altersrente oder die EM-Rente wird automatisch berechnet. Das kennen wir ja. Was unser Mandant meint, ist nicht die klassische Rentenerhöhung zum 1.7.24, sondern die Rentenerhöhung wegen den EM-Bestandsrentnern, die ja mit den persönlichen Entgeltpunkten zum 30.26.24 berechnet werden sollen und dann ab 1.7.24 umgesetzt werden sollen. Nein, auch da müssen Sie nichts machen. Das läuft alles von Amts wegen. Das heißt also, rund drei Millionen EM-Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner werden da einen entsprechenden Rentenbescheid bekommen. Sie müssen da im Grundsatz nichts machen. Wenn Sie aber selbst keinen Bescheid bekommen und Sie selber sind EM-Rentner und haben die EM-Rente schon vor dem 1.1.2019 bezogen und bekommen da nichts ein paar Monate später und Sie warten und warten und es passiert nichts, dann sollten Sie bitte von sich aus in die Gänge kommen und bei Ihrer Rentenversicherung nachfragen, was da los ist, meine Damen und Herren. Von alleine geht es dann wahrscheinlich da nicht, aber ich gehe mal davon aus, das wird eher nur die Ausnahme sein. Im Grundsatz läuft die doppelte oder dreifache Rentenerhöhung für EM-Rentner im Jahr 2024 von Amts wegen. Sie müssen da keine Anträge stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine Rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.